Ach nee, von Kassandra. Okay, Kassandra schließt sich zu dem Herrn für die Befreiung von Athen. Ach ja, wir müssen ja jetzt Athen befreien, stimmt. Ja, okay, gehen wir rein. Kassandra entschied sich mit den Athener Nicomedes zusammenzuarbeiten, um einen Schlag gegen Crystalis auszuführen. Sie schlich sich auf eine Feier von Crystalis, oberstem Informanten, eine Gestalt namens Die Viper, und tötet diese. Anschließend kam sie erneut mit Nicomedes zusammen, um und verließ Athen, ach so, ja doch, und verließ Athen, um sich dem aufständischen Heerführer, Dreisubulus oder wie auch immer, anzuschließen und die Stadt zu befreien. Ich muss die Ballisten im Hafen loswerden und dann die Festung sichern. Okay, das heißt, ich muss da rüber schwimmen, oder? Da oben, ach, das ist jedes Mal so geil, in dieser Haut zu sein. Ich habe Brüste. Okay. Ich muss mal ein bisschen so... Hä? Was ist denn mit dem... Hä? Hier wird man nach mehr Ausschau halten. Ist das hier sicher? Ja, ja, ist das sicher. Alles ist sicher. Na, ich muss mir mal sagen. Oh, das war's. Ah, das war's. Ah. Ja. Ja. Okay. Ist das hier sicher? Das ist sicher. Oh, was weiß ich denn? Ah, das war's. Ja, Schatz. Fuck. Wieder an die Lampe gekommen, verdammt nochmal. Hier bin ich. So weit weg von jeder Aufregung, wie man nur sein kann. Okay. Ich muss aufpassen. Ja, dass du nicht gestalperst. Bei passt. Tschüss. Balliste 1 zerstört. Wo ist Balliste 2? Mist. Balliste 2 ist da. Ja, hier auf dem Aussichtsturm, dann kann ich sie besser lokalisieren. Achso, ich muss beide kaputt machen. Keiner da. Oh-oh. Oh-oh. Schatz. Na. Hier. Surprise, Baby. Tschüss. Keiner hat was mitbekommen, oder? Glaubt nicht. Sind das nur zwei Ballisten? Ich kann mir ja zwar nicht vorstellen... Ey, mein Messer! Verdammt! Da drüben ist auch eine Balliste. Okay. Okay. Sehr gut. Okay. Jetzt mache ich alle Ballisten aus. Da ist eine. Da sind wir schon bei Wachen. Da drüben ist auch eine Wache. Okay. Na gut. Ich hin. Tote Sprung! Juhu! Hat er was bemerkt? Glauben nicht. Ist irgendwie weiter. Ich habe nur eine Klinge, gell? Hier habe ich keine, ja? Uh. Gut aufgepasst. Egal. Oh! Oh! Was? Scheiße! Oh! Ich warte jetzt, bis der kommt. Der kommt ja hier runter. Ah, Scheiße! Okay. Na, das war wohl nichts. Der Alarm wurde zerstört! Der Alarm wurde zerstört! Schon irgendeine Spur entdeckt! Keine Spur! Ich finde hier nichts! Oh oh! Was? Scheiße! Ich kann nicht genau sehen! Was? Na denn? Alter, wieso ist mir jetzt plötzlich alles schief gelaufen? Das ist immer dasselbe. Egal. Ab! 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 Ich habe noch eine Klinge. Ich habe nichts entdeckt! Hier ist nichts! Ab! Ab! Gehängt! Nein! Und... Sehr schön! Was hast du vor? Warum bist du noch hier? Ich weiß, dass du immer noch im System bist! Ich finde dich! Und dann werden dir deine Bruderschaftsfreunde nicht helfen können! Keine Sorge! Wir verbergen deinen Standort für Dominika und streuen falsche Treffer in dutzenden Erinnerungen! Sie wird dich nicht finden! Okay! Danke! Triangulation für die letzten Fragmente läuft! Dominika plant irgendwas! Was? Scheiße! Mist! Nein! Ja! Okay! Ich muss noch die letzte Balliste erledigen! Ja! Oh Mann! Da drinnen gibt's! Egal! Zwei Wochen! Mist! Was? Hey! Was glaubst du, oder? Lauf gar nichts weg! Nein! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! In Höhe für nichts! Was? Nein! Ich schieße meine ganzen Pfeile! Dabei habe ich voll auf das Seil gezielt! Hallo! Wo bist du hin? Das geht hier vor! Oh oh! Ich hätte auch was besseres machen können! Ja! Zum Beispiel sterben! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Erwischt! Weg 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 weg! Okay... Niemand zu sehen! Niemand zu sehen! Und das letzte Seil! Das war's! Das waren die Letzten! Was geht hier vor? Der Haufen wäre sicher! Was geht hier vor? Auf zur Festung! Was geht hier vor? Was geht hier vor? Ich hätte in der Zeit was besseres machen können! Ja, was denn? Da ist keiner mehr oder? Da unten halt aber... Mach's gut! Hoppla! Sind das Pfeile? Ja, Mann! Nee, das sind Wurfmesser! Das sind keine Pfeile! Ja, aber da sind Pfeile bestimmt! Hast ich etwas gehört? Nee! Doch nicht! Soll ich ihn locken? Na komm schon! Mal krachen! Na komm schon! Und den Boden halt! Hä? Wasser her! Nee, gar nicht! Komm! Bomben! Aber Pfeile keine! Jetzt hat noch was! Oben! Mua! Auch Messer! Da hab ich ja nichts zum gelben! Und tschüss! Sehr gut! Und tschüss! Weißt du was? Kein Alarm mehr! Mal gucken, ob ich... Na! Na! Ah! Vielleicht sollte ich hier für dich mitpfeilen! Messer! Bomben! Das! Krass! Ganz ruhig! Es war nur ein Schatten! Es war nur ein Schatten! Es war nur ein Schatten! Woh! Ganz ruhig! Das war's! Was denn? Ich war nur ein Schatten! Es war nur ein Schatten! Alles war! Na, kommt schon. Hä? Warum geht es nicht mehr? Ja, dem ging es noch. Was ist denn die Tür? Ja, man kann auch mal daneben schießen. So ist es nicht. Was ist das andere? Das andere muss hier irgendwo liegen. Weg. Wo war denn das jetzt? Hier. Ich brauche noch immer Pfeile. Was ist das? Knacki, knacki. Knacki. Ja, okay. Kann ich mal wieder zureichen. Hier kommt doch sowieso keiner mehr vorbei, oder? Ja, klar. Ah. Trasybulos sagte, die Festung hätte zwei Befehlshaber, Asterios und Kalinas. Ich muss sie beseitigen, ohne Alarm auszulösen. Alles klar. Dann können Trasybulos Männer hineinschlüpfen und die Festung sichern. Dann muss ich die erstmal ausmachen, ne? Ja. Ich sehe keine Wachen. Komisch. Ja. Ja, da drüben. Aber das war es dann auch. Jetzt muss ich erstmal die Hauptmänner ausmachen. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Da ist auch einer. Okay, ich muss da hoch und dann muss ich mir einen Überblick holen. Ja. Okay. Dann schauen wir mal. Wo könnte unser Ziel sein? Asterios ist hier. Kalibaras, oder Kalilas ist... Da. Da ist noch einer. Ach, der hier. Das ist eine der Zielpersonen. Okay. Einer läuft rum. Das geht doch nicht. Okay. Schnappen wir uns die erste. Leise und ohne Alarm. Mal gucken, ob ich das schaffe. Na, das hat das super funktioniert schon mal. Na, das hat das super funktioniert schon mal. Tschüss. Den hab ich noch nicht. Ich hörte jetzt von Pelagius. Er war in Pylea, als Trasybulos die Festung einnahm. Sein Heer soll 10.000 zählen. Der selbe Pelagius, der spieler Eflow nach dem Trasybulos in eine blutige Fäng. Nicht wahrer. Anlegen. Er würde alles sagen, dass es ein Rückzug weniger nach Freiheit aussieht. Anlegen. In Wahrheit. Das heißt, wenn Sie kommen, könnten wir sieben. Können Sie. Wir sind schwach, ja? Wir gewinnen immer. Merken Sie, meine Morgen. Morgen zur selben Zeit werden diese attischen, aufständischen Radenfutter teilen. Befehle an die Garnison. Die Strategold der Festung werden nach Annäherungen aus dem Osten und Westen Ausschau halten. Möglicherweise vieles zu da. Duda, schließ dich aus Anzug mit! Einbringen! Scheiße. Hier ist nichts zu sehen. Okay, ja. Geht suchen. Der große Big Boss ist tot. Scheiße. Hier ist eine Leiche! Ruf die Wache! Ruf die Wache! Ruf die Wache! Und das war's. Scheiße. Nicht einfach. Vor allem der da oben, der Drecksack. Ich hab keinen Bogen. Scheiße. Wo ist der jetzt hin? Nein. Ich wollte angreifen, aber keine gute Idee. Gibt's hier irgendwo Pfeile bitte? Was ist mit dem? Hä? Warum sind die so weiß markiert? Das war nicht mein Ziel. Erledige ich den. Ja. In den Kopf. Okay, komm. Schaffen wir dich. Aus den Augen, aus dem Sinn. Mein guck. Ah. Mein Freund. Wo ist denn jetzt der hingegangen? Ist einfach weg. Nur ein Schatten. Beruhig dich. Achso. Das Ziel habe ich noch immer. Achso. Okay. Das Ziel ist erledigt. Okay. Hab dich! Lass mal den Fluch! Komm wieder zurück! Lass mal! Hä? Der andere sucht. Ist aber kein Alarm bis jetzt. Es gibt keine drin! Tschüss. Ich brauche noch ein paar Rohstoffe. Bevor ich weitergehe. Ein paar Pfeile, ein paar Messer, ein paar Rauchbomben. Hä? Okay. Irgendwas backt gerade. Ich habe gar keine Bombe geschmissen. Ich habe eine Bombe gehört. Fuck. Ich dachte hier wäre was drin. Aber hier ist nichts. Wie viel Messer habe ich noch? Null. Ah. Und eine Bombe. Ah. Okay. Auf jeden Fall. Auch ich. Wo gibt's was? Hä? Mir wurde doch hier gerade was angezeigt. Nichts. Nichts. Auch nichts. Was ist das denn? Milch. Ich brauche Pfeile, Messer. Irgendwas. Gibt's doch nicht. Alter. Du machst mich fertig. Ich müsste eigentlich nur zurück. Da habe ich genug. Im Prinzip schon. Egal. Ich erledige jetzt den anderen. Schauen. Mal nochmal da oben müssen. Na. Pfeile. Wenigstens etwas. Okay. Scheiße. Da gibt's auch wieder Pisten und so. Mal gucken mal. Da sind Pfeile. Da müssen die Truhe. Bin er da. Hä? Bin ich voll? Ich bin voll. Da. Komm schon. Okay, ich bin voll. Also auf zum nächsten Attentat. Wo ist die Wache? Steht die da noch immer? Wo ist der? Ach da? Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Okay. Ich drehe mich mal wieder zu euch. Kriegsmaschanerie, okay. Jetzt kriege ich genug Pfeile. Vorher jammer ich die ganze Zeit. Ich brauche Pfeile, ich brauche Pfeile und jetzt kriege ich genug. Jetzt suchen wir mal den guten Mann. Wo ist mein Ziel? Du versteckst bitte dich. Aber ich muss eher da rüber. Ich brauche das. 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 Ich brauche das zu Hause, ich brauche das zu Hause. Es ist noch ein Befehlshaber. Ja, da ist er. Lokalisiert. Ja, da ist er wieder weg. Der Dicke bewacht ihn halt, ne? Alter, auch noch bloß. Ist nicht auf dein Posten. Ich wurde vor einer Stunde abgelöst. Ist das so? Man hat mich nicht informiert? Es ist wahr. Ich würde nie meinen Posten verlassen. Das will ich auch hoffen. Ich behalte dich im Auge. Verstanden. Ja, ja. Pass lieber auf, dass er dich im Auge behält. Sonst bist du ruckzuck von der Bildfläche verschwunden. Sorry. Sorry. Nun kann ich das Tor öffnen. Die Festung ist leer. Dann öffne ich mal das Tor. Naja, leer ist sie nicht. Unser Freund ist noch hier. Nein. 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 Wir müssen den Verfolger abschütteln. Hey! Halt! Jetzt hab ich dich. Genau da wollte ich dich haben. Na ja, dann komm doch. Du kannst sterben, Bulli. Genau da wollte ich dich haben. Ja, dann komm doch her jetzt. Was? Na also. Geh doch. So. Äh? Ne. Andere Seite. Ne. Hä? Okay. Irgendwas stimmt noch nicht. Ja, ich mach es schon. Hoch. Ach. Ach. Geschafft. Die Festung ist unser. Gut. Die verbleibenden Truppen sind auf dem Weg. Lass eine Einheit den Hafen besetzen, wenn sie da sind. Wie du wünschst. Doch ich bezweifle, dass Kassandra etwas übersehen hat. Ich vermute, dass wir schon bald mehr Spartaner zu sehen bekommen. Davon kannst du ausgehen. Wir mögen weniger und unsere Ausbildung schlechter sein. Doch solange wir morgen Monikia halten, wird der Sieg unser sein. Nun ruhe dich aus, Kassandra. Berichte Nicomedes am Morgen. Und dann wird der wahre Kampf um Anten beginnen. Okay. Ich ruh mich aus. Ich sollte Nicomedes aufsuchen. Nun, unsere Base. Wir halten hier die Stellung für Trascibulos. Und für Athen. Ich weiß, wogegen wir kämpfen. Doch Athena wird uns Kraft und Mut geben, um siegreich zu sein. Ja. Ja. Alter, wenn jetzt eine riesige Schlacht kommt, Alter, das wär's. Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Was? Was? Ich hör sie. Wer ist das? Jetzt geht's ab, bestimmt. Kassandra. Was geht da vor, Nicomedes? Die Spartaner werden angreifen. Sie sind viele, aber wir haben den Höhenvorteil. Korrekt. Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir Monikia halten und... Was haben wir sie? Trascibulos ist auf jener Seite der Festung. Finde ihn, Kassandra. Wenn die Spartaner attackieren, wird er deine Klinge benötigen. Da unten sind sie. Ich seh sie nur nicht richtig, weil es dunkel ist. Voll schade. Oh das geht. Okay. Wow... Mire hier. Okay. Was ist los? Was kann ich machen? Nichts, nur zugucken. Keine Waffen, oder? Okay, ich muss ihn retten, bevor er stirbt. Okay, komme! Du bist erledigt! Ja, dann versuch's doch. Komm, trau dich! Ja! Hier, fang! Wir müssen das... Au! Was soll das? Scheiße! Aua! Das flucht noch malig auf keine Pfeile mehr. Ich hab keine Pfeile mehr. Und ich hab auch keine Energie mehr. Ja! Ja! Scheiße! Okay. Okay, das war die Pfeile. Das stimmt. Ich hab ja Regeneration. Ja! Ja! Fuck! Ja! Ich brech mich auf! Ja! 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 Das wäre sorane angedetsymmd! Ich komme! Woher durch? Ich komme. Ich komme! Alter wie's abgeht. Po! Alter! Na los, schwere dich! Na komm schon! Ja, kommt doch her! Sie greifen mich an! Na komm schon! Ja, die schmecken euch meine Rauchbomben, die Penner! Ja! Nimm das! Na, tut das! Na, gesunden! Kommt noch mehr? Ja, natürlich kommt noch mehr. Nimm das! Hab sie! Tschüss. Das waren alle. Huch! Vorerst. Vorerst. Alter, was geht ab? Was soll denn so passieren, was? Die Schlacht ist voll im Gange. Oh man, kann nicht mitmachen. Okay. Junge, Junge. Ich erwartete den spartanischen Angriff auf dem Feld! Und sie kommen von der Flanke! Nicht die spartanische Art. Allerdings hat der Feind auch keinen spartanischen Befehl zu. Okay, es war natürlich! Herr Führer, wir können nicht bleiben! Fallen wir zurück! Formieren eine Verteidigungslinie noch tiefer in der Festung, dann... uns vielleicht ab 8! Statt im Tag! Na, wir dürfen nicht wach! Herr Führer! Wir müssen einen entscheidenden Schlag! Jetzt! Alexis! Es ist übler als gedacht! Hilf uns, Kassons! Drück fest auf die Wunde! Was? Gehst du da auf die Wunde? Was? Ich hab den Angreifer erwischt! Sag dem Herrn Luger, ich hab ihn! Ja, das hast du! Ja, das hast du! Ja, das hast du! Ja, du hast das! Ach nein, nicht überspringen! Nein! Ah! Jetzt hab ich übersprungen! Verdammt! Verdammt! Ich hab gedacht, ich muss draufdrücken! Egal! Der wär sowieso nicht gestorben! Denk ich! Okay! Hup! Hup! Was muss ich machen? Von der Flanke kommen? Oder was? Na, jetzt hab ich natürlich echt die Video-Sequenz! Ach, jetzt! Ärgerlich! Na, egal! Ja, dann her damit! Dann her damit! Was ist hier? Ich bin voll! Ja, da unten tobt die Schlacht! Da unten tobt die Schlacht! Ach, Scheiße! Okay! Okay! Komm schon! Komm schon! Und ab nach oben! Aha! Hup! Ja! Ja! Was? Es wird keinen Unterschied machen! Es gibt kein Versteck, in das du führen könntest! Hallo! Hallo! Stell dich dem Kampf! Besser, als wenn ich noch ein Schild hätte! Ich drehe mich mal wieder zu euch! Na, komm schon! Aua! 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 Hallo, du Sack, Alter! Ich mach mich alle! Mach mich alle! Komm! Das macht mir nichts aus, okay? Mist! Mist! Komm schon! Ja! Ja! Na, pass auf, dass du mich runterfällst! Nicht soooo! Walp! Na, pass auf! Okay! Was? Oh. Dampf! Was? 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 Wie schmeckt dir das? Okay. Das war gut. Hey, du hast einen Pfeil im Auge. Du hast echt einen Pfeil im Auge. Komm schon. Komm schon. Was ist? Hast du Angst zu kämpfen? Nee, hab ich nicht. Daneben. Alter. Wie hält der denn aus? Was ist das? Was ist das? Alter. Was ist das? Oh, nein. Fuck. Scheiße. Jetzt tap ich dich! Jetzt tap ich dich! Ja! Was ist das? Was ist das? Ja, das ist das. Ja, das ist das. Pfeil. Pfeil. Was ist das? Ja, fang! Ja! Daneben. Ja! Ich kann nicht. Komm schon mal. 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 Ja, ich bin schneller. Ja! Okay, schmeckt das, he? Noch ein Pfeil? Okay, keine Pfeile mehr. Wow! Der ist so ein richtiger Kämpfer hier. Der hat ja tausend Pfeile in sich drin stecken. Ja! Oh, Sack! Du, noch mal. 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 Luis, halt das für mich, Rezias. Ich bin sicher, er hat einen Platz im Tafel was für dich reserviert. Ja, Mann. Junge, Junge. Fass, du einen Kopf? Ich registriere ein Fragment in diesem Gebiet. Ah ja, registriere mal. Finde es, dann holen wir dich da raus. Was soll das sein? Großer Sohn dieser Stadt sprach über den Heldenmut der Athener, die ihr Leben gaben im Kampf gegen Sparta. Ich war damals ein Kind, ein Junge von neun Sommern. Heute stehe ich hier vor euch als Mann, als Soldat, als Herkürer, als Bart, was schon etwas grau ist. Und in all den Jahren zogen die Kinder Athens und Lakonias mit Schiff und Schwert aus, um einander den Tod zu bringen. Da ist es. Doch selbst die wildesten unter unseren Feind. Noch ein Fragment, das Dominika nicht in die Hände bekommt. Ja, gute Arbeit. Aber bleibt nicht länger als nötig. Yeah. Das beste Fragment, oder? So, Erinnerung abgeschlossen. Jawohl. Das war wohl die letzte Geschichte mit Kasami. Oh, du schon wieder. Möglicherweise kannst du mir helfen. Kommt darauf an, wo liegt das Problem? Hä? Das Problem ist, dass ganz offensichtlich noch zwei Fragmente fehlen und ich habe nur zu einem den ungefähren Standort. Das zweite ist ein Mysterium. Vermutlich hat es Dominika irgendwo versteckt. Was Sean sagen will ist, dass wir das letzte Fragment einfach nicht finden können. Wir wissen, es ist nicht in Ezios Erinnerung, auch nicht in Kassandras oder Kornas. Wo zum Teufel ist das dann? Ich kann nicht die ganze Cloud absuchen. Okay, nur keine Angst. Wir werden es finden. Dominika kann es nicht ewig verstecken. Für dich geht es zurück ins koloniale Newport nach dem Abenteuer mit Barton. Es wird gefährlich. Aber mit Gefahr kannst du umgehen, also geh damit um. Wir machen den Rest. Hey, ich dachte, das ist nicht bei Connor. Warum soll ich dann da hingehen? Yo! Besser du.